Nun ist es einmal wieder soweit, die Auszählung der Punkte vom letzten Battle, Refine vs Senior Pasta. Beide haben unterschiedliche Versionen der Pasta entlang der Grenze abgeliefert und zunächst sagt die Jury euch, wen wer besser fand. Okay, dieses Mal ist es wirklich sehr schwer zu entscheiden. Wie schon mehrmals gesagt, haben beide dieselbe Musik, welche bei beiden entweder zu laut ist oder nur so wirkt, dass sie beide etwas leise sprechen. Man hört heraus, dass Refine mehr Gefühle in die Story hineinsteckt und so das Ende viel deutlicher unterstreicht. Senior dagegen ist etwas gefühlslos, was ich aber gar nicht so sehr werten will, da es mir selbst kaum aufgefallen ist und dieser Text eher einen Bericht ähnelt. Beide stehen noch relativ am Anfang, trotzdem haben sich beide sehr viel Mühe gegeben. So ist diese Vertonung sogar besser als die Vorgänge auf Seniors Kanal. Auch Refine hat viel an ihrer Qualität seit dem Anfang verbessert. Bei ihr kommt halt der Fakt hinzu mit dem Akzent, für den sie natürlich nichts kann. Dadurch wird es schwieriger, sie zu verstehen und man muss genauer hinhören. Senior dagegen spricht ohne so starken Akzent, verschlingt oder spricht dagegen aber teils Wörter seltsam aus. Dieser Punkt geht also knapp an Refine. Kaiser konnte nicht aufnehmen, hat allerdings gesagt, dass er seine Stimme enthält. Nun zu meiner Bewertung. Seniorpasta hat die Musik recht passend gewählt, allerdings finde ich, dass bei Refine die Musik trotzdem besser passt. Außerdem hat Refine auch besser betont als Seniorpasta. Zwar stört der Akzent ein wenig, aber da kann sie ja nichts für. Das ist ja ein Sprachfehler oder eine Behinderung. Bei Seniorpasta ist irgendwie zu viel Bass drauf, sodass sie sich nicht mehr richtig natürlich anhört. Und deshalb geht mein Punkt an Refine. Okay. Insgesamt fand ich, dass Refine den besseren Job abgeliefert hat. Zum einen fand ich, dass Seniorpastas Sound irgendwie komisch war, zu dumpf und irgendwie auch ein wenig zu leise. Refine war da wesentlich klarer. Hinzu kommt, dass mir ihre Vortragsweise wesentlich besser gefallen hat. Bessere Betonungen, bessere Pausensetzungen, gutes Tempo. Senior klang sehr gelangweilt, als würde er einfach irgendwo im Raum sitzen und irgendwas reden. Und teilweise redete er mir tatsächlich etwas zu langsam und, wie gesagt, zu unbetont. Mein Punkt geht also an Refine. Ich war mit diesem Battle nicht so zufrieden. Refine erstmal an dich, du kannst das sehr viel besser, das habe ich schon besser von dir gehört. Seniorpasta, zu dir, du musst unbedingt mehr Gefühl reinbringen. Vielleicht nochmal die Nachbearbeitung kontrollieren, aber auf jeden Fall mehr Gefühl. Das ist wichtig. Deswegen eine Enthaltung von mir, weil ich euch beide dieses Mal nicht so toll fand. In den Kommentaren haben insgesamt zwei Leute für Seniorpasta gestimmt. Zwei Punkte für ihn. Für Refine haben sechs Leute gestimmt. Durch die Jury kommt ihr also auf ganze neun Punkte. Seniorpasta hat von der Jury keinen Punkt dazu bekommen. Dieses Battle war also wieder relativ eindeutig. Refine ist die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch! Erneut ist ein Battle um und das nächste wird bald beginnen. Hellchester vs. Melly Killer Katze Erneut ist ein Battle-Einbender. Erneut ist ein Battle. Vielen Dank.